Jesus kommt einen Tisch in der Kneipe, wo drei Männer sitzen, sagt zum Ersten, was hast du für ein Leiden? Ich habe mir einen Arm gebrochen. Der fässt den armen Arm an. Bom, geheilt. Zum Zweiten, was hast du für ein Leiden? Na, ich habe Halsschmerzen. Der fässt den anderen Hals an. Bom, geheilt. Der Dritte sagt zu dem, wehe, du fäst mich an. Ich bin noch sechs Wochen krankgeschrieben.